So Leute, hier kommt mein ultimatives, effektives Booty Workout nur mit der langen Hand. Ihr braucht auch noch nicht mal viel Gewicht da drauf. Ihr könnt auch zur Not wieder eine mit Bücher bepackte Sporttasche nehmen oder sonstiges. Und wir fangen an mit Squat und Kick. Und dabei verlagert ihr wirklich euer ganzes Gewicht auf den Fuß, der auf dem Boden bleibt, also nicht den, der kickt. Und wenn ihr kickt, Becken nach vorne kickt. 15 Mal pro Bein, drei Durchgänge, Leute. Nächste Übung, Power Clean Squat. So, ihr seht, ich reiße die Langhantel vom Boden vor die Brust und springe währenddessen unter die Langhantel und habe somit eine ganz tiefe Kniebeuge, quasi wie eine Frontkniebeuge mit der Langhantel vor der Brust. Extrem effektiv, extrem herausfordernd. Ihr könnt es doch erstmal ohne diesen Sprung machen, aber ich sage euch, macht öfter mal was Neues, fordert und schockt euren Körper. Zwölf Wiederholungen, drei Sätze, extrem herausfordernd und effektiv für den Booty, Leute. Macht den Scheiß. Übt es aber wirklich gewissenhaft. Achtet auf eure Form und nehmt wirklich wenig Gewicht. Ihr braucht gar nicht viel Gewicht. Das ist so effektiv. Ab zur nächsten Übung bindet euch ein festes Thera-Band um die Knöchel. Langhantel auf den Rücken und dann wird seitlich gegangen. Und zwar in der Hocke quasi. Für die seitlichen Booty Muskeln. Und wenn die Typen im Gym so gucken, macht das auf jeden Fall richtig. Oh, sehr herausfordernd. 20 Schritte nach rechts und nach links und das Ganze dreimal. Und dann habt ihr, ich schwöre es euch, Leute, den Booty mal wieder ordentlich gekickt. Könnt ihr super zu Hause machen. Könnt ihr auch mit Kurzhanteln machen. Könnt ihr mit irgendeinem anderen Gewicht machen. In der Tasche. Viel Spaß. Macht's gut, Leute. Ciao.